Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal wollte ich nur ein kleines Infovideo machen und zwar, ich habe jetzt Twitter. Da oben seht ihr mich, da erfahrt ihr immer jetzt, woher ich so viele Fragen stelle. Hab schon drei Tweets, hab selbst geliked, das mach ich jetzt mal weg schnell. Ihr könnt gerne da mal einen Follower dalassen. Falls ihr wollt, könnt ihr natürlich auch meine Tweets liken. Ich wollte ihnen immer so ein kleines Infovideo machen. Das war's an dem schon, was könnt ihr an, Abo und Like da, würde mich freuen. Und würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.